Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Seelen Geflüster im Einklang mit Körper, Geist und Seele. Schön, dass du heute eingeschaltet hast an diesem Montag, 25. Oktober 2021. Heute gibt es eine Botschaft von den Engeln aus dem Kraft der Engel Orakelset von Udo Golfmann. Hab ich es richtig um? Ja, so sieht es aus. Und ich wünsche dir viel Freude und ich bin sehr gespannt auf die Botschaft, die wir von den Engeln für den heutigen Tag bekommen. Erzengel Jeremiel ist bei uns. Deine Vergangenheit heilen. Ich lese gleich den Text dazu. Ich glaube, so muss das gehen. Es ist an der Zeit, die Kräfte deiner Vergangenheit ins Gleichgewicht zu bringen. Ich begleite dich bei der liebevollen Loslösung aus vergangenen Geschehnissen, Emotionen und Gedankenkreisen. Eine sehr schöne Karte, die sich an das Gespräch vom Taiga, an die Worte vom Taiga von gestern anschließend. Auch er hat uns gebeten und uns nahegelegt, unser Leben zu ordnen. Und hat auch uns Vergebungsarbeit nahegelegt und Dinge, die uns widerfahren, sind loszulassen. Und heute ist Erzengel Jeremiel da. Das finde ich wunderbar. Es ist also wichtig, dass wir uns mit der Vergangenheit noch einmal beschäftigen und genau hingucken. Was ist da noch im Argen? Was schmerzt uns noch? Welche Gedankenmuster gibt es noch, die wir auflösen können? Und welche Geschehnisse sind gewesen? Was ist uns widerfahren? Sehr schön. Also, ich habe es schon oft gesagt, Erzengel Jeremiel ist da und du brauchst dich nur um Hilfe zu bitten. Ganz wichtig. Bitte ihn um Unterstützung, damit er eingreifen kann. Denn Macht unseres freien Willens würde er das nie einfach von sich aus tun. Ich bin immer noch ganz gerührt von den Worten, weil sie so wunderbar passen zu dem, was der Taiga gestern zu uns gesagt hat. Und ich bin sehr gespannt, wie es dir ergeht. Schreib doch in die Kommentare, welche Gedanken du hattest. Als ich die Worte vorgelesen habe. Ich freue mich, wenn du dich freust. Und wünsche dir einen wunderschönen, gesegneten Montag. In Licht und Liebe. Barbara Masur. Bis morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.